Hallo zusammen, im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr die Regionsfortschritte ein wenig schneller abschließen könnt. Ich denke, es ist bereits kein Geheimnis in Diablo 4, dass die Regionsfortschritte sehr wichtig sind. Pro Region habt ihr 5 Belohnungen, die ihr freischalten könnt und einige Belohnungen haben es wirklich in sich. Zum Beispiel diese Fertigkeitspunkte, in jeder Region könnt ihr 2 Fertigkeitspunkte freischalten. Pro Region sind es 2 und es gibt 5 Regionen, also insgesamt 10 Fertigkeitspunkte. Ebenso die Paragonpunkte, da sind es pro Region 4, also insgesamt 20 Paragonpunkte. Und das Ganze gilt jetzt nicht nur für einen Charakter, sondern für alle Charaktere, die ihr auf diesen Account erstellt. Deswegen so wichtig, aber ich verstehe auch, irgendwann wird das sehr sehr zäh und sehr mühsam, diese ganzen Regionsfortschritte freizuschalten. Ich möchte noch eins erwähnen, und zwar die Altäre von Lilith. Die sind bei diesen Regionsfortschritten besonders wichtig. Warum sind sie besonders wichtig? Die geben euch neben den Ansehen, dass ihr sammelt, auch noch weitere Werte. Und auch diese weiteren Werte, die sind permanent da für euch. Auch in den weiteren Season begleiten euch diese Werte und ihr werdet immer davon profitieren. Auch weitere Zweitcharaktere, die ihr erstellt, weil ihr zum Beispiel eine andere Klasse spielen möchtet, auch die profitieren von diesen Altären von Lilith. Deswegen das hier unbedingt tun und ihr seht auch hier in diesem unteren Bereich, da stehen quasi die Aktivitäten, die ihr erledigen könnt, um Ansehen zu sammeln, damit ihr hier diese Belohnungen freischalten könnt. Und neben den Altären von Lilith ist es ganz klar, dass ihr auch diese Stützpunkte machen müsst, denn da gibt es jeweils 100 Ansehen und ihr habt pro Region drei Stück. Das heißt 300 Ansehen in einer Region könnt ihr einsammeln und die Stützpunkte bringen euch um einiges voran. Spätestens bei der fünften Belohnung gerät das Ganze ins Stocken und wird ein bisschen mühsam. Die ganzen Altäre hat man da schon eingesammelt, auch die Stützpunkte, Wegpunkte und die entdeckten Gebiete hat man so gut wie abgeschlossen. Was aber übrig bleibt, sind die Nebenquests und die Dungeon. Und bei den Dungeonen ist es so, ein Dungeon gibt euch 30 Ansehen und hier gibt es nun einen Trick. Und zwar bei den Dungeonen könnt ihr folgendes machen. Jedes Mal, wenn ihr einen Dungeon spielt, also einen Dungeon zum allerersten Mal spielt, bekommt ihr diese 30 Ansehen. Und zwar müsst ihr den Dungeon ganz abschließen. Ihr erkennt es an folgendem Symbol. Ihr habt hier eine goldene Schatztruhe als Belohnung für den ersten Abschluss. Sobald ihr den Dungeon einmal abgeschlossen habt, verschwindet dieses goldene Symbol und ihr bekommt diese 30 Ansehen. Nun könnt ihr folgendes machen. Und zwar gibt es hier die Split-Farm-Möglichkeit. Um diese Dungeon abzuschließen. Und das bedeutet, ihr könnt Freunde einladen oder einfach irgendwelche Leute einladen, mit denen ihr dann in einer Gruppe seid. Im optimalsten Fall seid ihr zu viert in einer Gruppe. Und jedes Gruppenmitglied kann in einen anderen Dungeon gehen, das natürlich von euch noch nicht abgeschlossen worden ist. Und wenn auch ein Teammate, also ein Gruppenmitglied, einen Dungeon abschließt, den ihr noch nicht abgeschlossen habt, auch dann bekommt ihr diese 30 Ansehen. Und damit könnt ihr das Ganze um einiges beschleunigen. Ich habe das bei mir im Stream gemacht, falls da jemand zugeschaut hat, der kennt den Trick bereits. Wir haben da auch eine Gruppe gebildet und jeder ist in einen Dungeon gegangen und hat einen anderen Dungeon freigeschalten und abgeschlossen. Und alle haben davon profitiert. Im optimalsten Fall habt ihr natürlich die Situation, dass vier Dungeons gleichzeitig gespielt werden und ihr habt alle vier Dungeons noch nicht erledigt. Und dann bekommt ihr viermal 30 Ansehen und das sind dann insgesamt 120 Ansehen. Während ihr ein Dungeon erledigt, erledigen die anderen drei weitere Dungeons. Das Ganze gilt übrigens, egal in welcher Region ihr euch befindet. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel hier in der Trockensteppe sein und ein anderer Teammate kann hier unten in den zersplitterten Gipfeln sein und das zählt trotzdem für euch. Ich weiß, welche logische Frage sich nun für euch stellt und zwar die Nebenquests. Kann man das Ganze auch mit den Nebenquests machen? Also ich erledige eine Nebenquest und ein Teammate erledigt auch eine Nebenquest. Das funktioniert leider nicht, haben wir getestet, geht aber nicht. Die Nebenquests sind für einen selbst, aber die Dungeons, die Erfolge bei den Dungeons oder den Abschluss beim Dungeon, der wird auch mit anderen Teammates geteilt. Ich hoffe, das Ganze hilft euch. Ich hoffe, ihr bekommt so schnell eure Belohnungen für die Regionsfortschritte freigeschalten. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal sehen. Bis dahin, Leute, macht's gut! Bis dahin, Leute, macht's gut!